Wofür haben wir das alles überlebt? Um uns jetzt gegenseitig zu töten? Nur was mich betrifft, es ist nur eine Frage der Zeit, bis du dich wieder so entscheidest. Maggie! Nein! Alle zu den Waffen! Bereit machen! Ich habe jetzt die Ehre, jemanden anzukündigen, den man nicht vorstellen muss. Unsere geschätzte Anführerin, die Gouverneurin des Commonwealth, Miss Pamela Milk. Dank der Opfer meines Vaters sind wir alle hier. Und wir werden gemeinsam diese Welt wieder so aufbauen, wie sie einmal war. Haltet euch bereit. Wir werden die Welt neu erschaffen. Bis zum einen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017